Wieder und wieder und wieder werden von der Ampel getrieben von der grünen Klimasekte verheerende Gesetzentwürfe vorgelegt und gegen jede Vernunft unter Missachtung sämtlicher Regeln dieses Hohen Hauses durchgepeitscht. Hauptsache, es dient der Klimaideologie der grünen Kommunisten ein Gesetz, das alle Haushalte, alle Firmen, alle Vermieter, alle Mieter, alle Eigenheimbesitzer, alle Kommunen, also wirklich praktisch alle betrifft. Sie sollen, geht es nach dem Willen der Grünen aller Parteien, gezwungen werden, bis 2045 klimaneutral zu heizen. Mit den Erfahrungen aus der Coronadiktatur macht man sich daran, alle Bürger unter ein Klimajoch zu pressen. Vorsatzchef Güllner veranlasste dies zur Aussage, Zitat, frühere SPD-Wähler haben den Eindruck, dass sich ihre Partei einer Art grüner Diktatur beugt und konkretisiert, wenn eine kleine elitäre Minderheit der Gesellschaft der großen Mehrheit der Andersdenkenden ihre Werte durch Belehrungen und Verbote aufzwingt, kann das wohl als eine Art Diktatur gewertet werden. Recht hat er, Zitat Ende. Und dieser Zwang, diese Verbote betreffen natürlich alle, uns alle. Entsprechend groß sind der Aufschrei, der Widerstand und die nachvollziehbare Wut. Diese Wut nehmen die Macher natürlich wahr, und trotzdem bringen sie das Gesetz heute ein, faseln in ihrem Hochtrahmen Leitplanken für das Gebäudeenergiegesetz, genannten Pamphlet, von einem breiten Konsens der Gesellschaft, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein soll. Der behauptete Konsens ist aber eine glatte Lüge. Klimaneutralität geht laut einer Spiegelumfrage vom 30. März inzwischen der Hälfte der Deutschen am allerwertesten vorbei. 80 Prozent der Menschen im Land lehnen ihren sogenannten Heizhammer ab, und gegen diese 80 Prozent machen sie ihre verheerende Politik. Doch das wirklich Schlimme ist, dass die anderen Altparteien ihnen dazu auch noch die Hand reichen. Von den Spezialdemokraten und den grünen Kommunisten erwartet man ja inzwischen nichts anderes mehr. Dass aber die feigen Demokratinnen dabei mitspielen, ist die eigentliche Trage. Trotz der Miniänderungen, für die sich die feigen Demokraten feiern ist und bleibt, ist ein verheerendes Gesetz, Wohlstand und Arbeitsplätze vernichtend, wie es sonst nur einen Krieg vermag. Manchem Volk bezeichnen ihre Politik inzwischen als einen Krieg gegen das eigene Volk. Und jeder, der sich an diesem Krieg beteiligt wird, sich dereinst vor diesem Volk verantworten müssen. Die einzige Partei, die sich gegen diesen kollektiven Suizid stemmt, ist die AfD. Folgerechtlich steigen unsere Zustimmungswerte. Das ist gut für Deutschland. Schlecht für Deutschland ist, dass mit jedem Tag, den diese Regierung ihr Vernichtungswerk weiter betreibt, der Trümmerhaufen immer größer wird, den wir als zukünftige Regierungspartei wegzuräumen haben. Aber wir werden es tun. Verlassen Sie sich drauf. Und im Übrigen bin ich der Meinung, wer Grün wählt, wählt den Krieg. Vielen Dank. Vielen Dank.